Hallo und herzlich willkommen zu meinem Gewinnspiel 2018. Dieses Jahr war ein sehr intensives und auch ein sehr anstrengendes Jahr, aber es ist auch ein Jahr, wo ich rückblickend sagen kann, es hat sich definitiv gelohnt, die ein oder andere Mühe in Kauf zu nehmen und auch die ein oder andere Entbehrung hinzunehmen, um euch guten Content zu liefern und um auch so ein bisschen auch meine Visionen etwas zu verwirklichen. Ihr habt mir wahnsinnig viel Rückmeldung gegeben, vielen, vielen Dank dafür. Ihr habt mir ganz tolles Feedback gegeben, so viele einzelne Rückmeldungen, die einfach positiv waren. Vielen, vielen Dank dafür. Danke. Ich hoffe, ich kann auch in 2019 weiterhin guten Content für euch liefern. Dafür brauche ich natürlich euch als Community zur Unterstützung. Das heißt, wenn euch was gefällt, einfach gerne liken oder wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, einfach mal ein Abo hier lassen. Ja, und als Dankeschön verlose ich dieses Jahr wieder vier Preise. Und zwar gibt es folgendes zu gewinnen. Ich verlose für den vierten Preis oder vierten Platz meinen Kalender für 2019 in Größe A3. Das heißt, also ordentlich groß ist der und in Kunstdruckoptik ist halt auch schon eine sehr, sehr gute, sehr hohe Premiumqualität. Den gibt es für den vierten Platz. Dann habe ich für die dritt oder zwei Platzierten folgendes. Und zwar ein T-Shirt mit meinem Pickpond-Print vorn drauf und ein Tanktop für die Frauen unter euch. Ihr müsst mir einfach danach eure Größe durchgeben und dann schicke ich euch das passende zu. Und als Hauptpreis, Preis Nummer 1, wäre dann wieder ein Shooting, was ich verlose. Letztes Jahr habe ich dann die Fotos mit Merle gemacht. Ich denke, Merle hat das auch mega viel Freude gemacht. Wir hatten sehr, sehr schöne Fotos am Ende zusammen. Und dieses Jahr läuft es wieder genauso. Ich werde also als ersten Preis ein Shooting verlosen, wo ich dann bei dir zu Hause oder on location Fotos von dir mache. Und innerhalb einer Stunde dann wunderschöne Fotos zusammenkommen und wo du, glaube ich, auch lange Freude dran haben wirst. Für die Teilnahme musst du folgendes machen. Ganz einfach, du abonnierst meinen Kanal und schreibst unter das Video, dass du gerne teilnehmen möchtest. Das war es auch schon. Die Gewinner werde ich am Samstag vor dem vierten Advent um 18 Uhr per Zufallsprinzip ziehen und anschreiben. In diesem Sinne bleibt mir nichts weiteres, als euch viel Glück zu wünschen bei der Teilnahme. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Gewinnspiel 2018. Ja, 2018 war ein sehr anstrengendes, aber auch ein sehr... Ja, sagen wir mal ein sehr...